Machen wir lieber Team denn noch mehr Auch Schmerz? Ja, wenn wir zu fett sind, ist optimal Team Machen wir zwei alle durch heute Ah ja, oder? Nein, wir haben alle durch heute Das war ja auch schon wieder Team war block-out Ah, das ist ein bisschen heil, oder? Was ist denn eigentlich zu einem Park? Oh, was ist denn der Park? Ehe, so, bis fünf Oh, einfach ein bisschen wo Na, aber da wird hier drin Wolltest du dich? Ja... Ah, wie er dumm sitzen soll Wie ein Glück Jawohl Oh, der ältere Ja, dann... Ah, Sniper Position Wichtig Neu Neu Ehtol, Ehtol! Ja, was? Wir sind ja Teamkiller Ich bin die Uhr Aber... Was ist denn jetzt? Ah, aber endlich, sonst... Das sind wir noch, der Sniper Nach vorne Okay Jetzt soll den wir am Ende vorbei gehen, wie das hier ist. Und so. Und der Worte. Oh! Ello? Bitte! Der Kessel. Ich stütze in der Tachung ins Getümmel zu. Oh, bitte! Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich sehe Scheiße! Ich glaube, der Nachzug kriegt. Oh, was ist denn? Ich hab's gleich. Oh. Oh, den Killer. Ja, ich hab's wirklich rum. Ja, ich hab's wirklich rum. Ja, der weiß wirklich extrem. Ich hab's wirklich rum. Ich hab's wirklich rum. Ich hab's wirklich rum. Oh, nein, nein, nein. Jetzt hat der noch viel Schwert. Sonst nur das zu schwert. Ja. Du hast noch viel Schwert. Ja, schon. Ich hab's wirklich rum. Ja, ich hab's wirklich rum. Das war super, ey. Das ist immer ein nice jump. Oh, optimal. Das ist immer so rum. Ich hab's wirklich rum. Ja, ich hab's wirklich rum. Das war ja so rum. Ich hab's wirklich rum. Das war ja hier. Das war ja so rum. Du. Das ist immer rum. Das ist jetzt ein bescheid. Das ist ein bescheiden. Das ist ein bescheiden. Das ist ein bescheiden. Was war denn das jetzt? Ich weiß nicht, warum ich es weg sein soll. Ich will ihn dir erzählen. Ich weiß nicht, was ich dir sehen soll. So viel soll ich... Ah, super noch, dass man von Munition nehmen darf. Ein Schuss! Na, immer. Wir haben dich gut. Ah, das ist schon so. Und ich bin da unten ab. Ja. Bist du schon bei dir? Ja, jetzt bin ich. Wir sind vorbei. Mal schauen. Ich bin da schon wieder. Hä? Oh, wachst du immer den Eis? Den Eis kann er nicht schmeißen. Oh, echt neis. Ufa! Ich war noch nicht bereit. Das ist ein Rappar. Mögen wir mal das hier schon drücken, sonst wird das nicht schmeißen. Das ist immer so drin. Überall von ihm so. Und in der Mitte ist er. Ja. Und dann kommt es auch einer. Stopp! Boah! Und dann kommt er auch! Das war's nicht! Den hab ich sogar erwischt. Aber oben ist noch einer. Ich hab mich gehört. Oh, was meinst du? Oh, was meinst du? Oh, was meinst du? Ja, was meinst du? Und dann ist das eine. Draußen. Ja, du bist nicht so. Schau mal ins Burr oben. Ja, aber mit dem ist die Freude. Hoppa! Du gehst nicht auf! Du schluchst dich gerade, du! Waaah! Komm mal rein, du, der! Haha, mach sich! Komm mal rein! Komm mal rein! Komm mal rein! Komm mal rein! Du, die machen wir wieder mehr damit! Achtung! So, fränzig! Tup, 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 tup! Hahaha, der hat nicht aufgeregt! Ja, das war nice! Also, wir brauchen mal schneller! Haha! Die ganze ist einer Tanzher! Ich fühl's dir nicht! Ist ja die Lüge! Man macht der jetzt so süße! Ja, man macht ihn! Ja, der soll in der Reihe jetzt wohl ein Wichser! Wuh! Wuh! Was gehen wir denn? Ja, die soll es nicht mehr so sein! Wuh! Man macht auch mal ein paar Freaks, oder? Ja, die sind nicht mehr so lang! Ja, da kann ich auch gerne mal rein! Oh, jetzt kommt er! Dann müssen wir runter! Jetzt muss er hier mal eine Hälfte allein! Ah! Der hinterher ist auch mal rein! Der wartet so langsam! Die Mütter Die Ich kann auch nicht weiss aber ich bin ein Heimspieler, welches Spiel hat Gott noch das Heimspiel? Mhm. Aber nein. Ich auch nicht. Gott nein. Irgendwo nicht. Ich bin über schlecht in dem Spiel. Ich weiß nichts. Ja, aber ich hab Gott noch. Nur ist ein Slyperton wieder nirg. Das hat der Arsch. Woll er es? Woll er es? Nein, wohl nicht. Jetzt wohl er es. Was soll er es? Was ist? Jetzt sollte man einmal schlucken. Ich bin der Slyperton an. Nein, dann muss. So nervig wie der Scheißkabine. Nein, auslegen jetzt nicht mehr. Haha, auslegen. Was ist denn los? Was ist denn los? Das Jungs wird immer mit. Hau ich den zu. Ja, ich bin der zu. Sag der jetzt noch ein Irreger. Hau ich den. Hau ich den. Uhuh. Wow, Fack, das war ein bisschen schlatsch. Hat den mir voll. Hat den mir voll. Der ist voll ey. Ist der der Redung? Ja. Meine Mutter ist nicht da. Ich hab das eigentlich gar nicht gedacht. Nicht ich. Ja, ich weiß nicht was... Ja, ich will jetzt irgendein Ding von mir. Ich kann verschuldigen vielleicht. Irgendwo stimmt's. Nein, ich komm schon, ich komm schon. Das gibt's schon nicht. So, sowas von Lackern. Denn aus. Jetzt will ich den hier Regeln nicht machen. Den Regeln doch nicht machen. Boah. So, Oma. So, wichs noch. So, wichs noch. Ja. So, wichs riecht drauf. Ist das eher auf den Zimmer konzentrieren? Ja. Ja. Auf der Seite. Hauwelschleim. Ich meine. So, in der Mitte. Ist das großartig! Oh, das ist jemand. Der lauert, der lauert auch. Nein, ich sag doch noch! Hahahaha! Ich hab mir gedacht! Ihr Scheren warfühle und dann warfühle! Ah, was geht denn, dass ich mich nicht schüttelte? Ah, was geht denn? Ja! Keine Munition mehr! Nein! Du warst gut geschmissen! Du warst gelackt! Ha 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 ha! Weißt du nicht? Ha 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 ha! Wie, wie dauer die Steine gerade! Und ein Kessel und dann gar nicht mehr! Das war ja nicht! Ich höre bloß, ob es ein Steining gerade im Oster-Tief war! Warte! Da haben sie schon ein bisschen Intelligenz gehabt! Nö, Mann! Na, da haben sie genau das Gegenteil von einem Oster-Tief! Wenn es ein Zürich hat! Das war das Auslaufen-Modell! Absolut, das Auslaufen-Modell! Das ist das Wahnsinn-Belle! Das ist ja auch ein Zeug! Das ist die Zürich! Die Zürich! Wollt ihr denn? Ey Mann, was war denn da dran? Was war denn denn? Das ist die Zürich! Das ist es nicht! Das ist das, was wir jetzt! Das war ein neues Heuer. Ein Stück ist er. Ich meine, das ist eine Stückerei. Ich meine, das hat eine Stückerei, oder? Ja, ich glaube. Vorsicht. Ja, gut, ich will mich nicht mit ihm machen. Ich pumpe mich jetzt durch. Pumpe mich los und durch. Pumpe mich jetzt, ja. Oh, Simon! Wow! Ja, hast du dir schon sowas auch zum Kopf? Nein. Dein Schlussmann ist jetzt ja. Ja, aber mit der Arbeit, ich frage sie wenige. Das ist ja bei einer mittleren Seite. Soll ich die Hips gerne auch zu tun? Ja, das muss auch sein. Ja, das muss ja auch sein. Ja, das muss ja auch sein. Machen wir zu zweit? Das geht nicht. Gut, sonst wäre es nicht nur der, so was das geht. Das geht nicht. Scheiße, sonst noch. Das ist ein bisschen toll. Ja, bei einem Stück. Ja, und dann drehen. Ah, da läuft mal ein. Ja, da kommt noch ein bisschen. Ja, da kommt noch ein bisschen. Ja, da kommt noch ein bisschen. Ehm... Das ist einfach nicht. Ja... Okay, ich hab's nicht gewöhnt. Jetzt bin ich auch drin. Oh, da ist ein Schlappbatton oben. Hört er mich? Ja, der ist noch oben. Jetzt geht er bestimmt nach links. Nernst du? Bist du du? Oh ja, der ist wieder umgebrochen. Nernst du mir nur über Abwehrschloss. Jetzt müssen wir andere Zinsen machen. Aber andere Zinsen sind doch schon mal, was du machst. Dann müssen wir halt Fernseher wechseln. Das gibt's ja nicht. Ich weiß nicht, du willst auch wo ist du? Irgendwann sind wir wieder da. Arbeite ehrlich! Dann müssen wir mich spawnen. Und unten ist hinten. Ich will mich spawnen und das Erd aus dem Abbieg. Und gar nacken. Das stimmt. Ja, weil nicht weg ist er. Ha, 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 ha. Ah! Ach! Mach's hier nur noch kurz elevieren! Ah! Ach so! Ja, ganz langsam. Das gibt's ja, ich hab keine Chance, ich hab keine Chance, ich hab keine Chance, ich hab keine Chance. Wenn es mal zu schlässig wird, einfach spiel zu bringen. Na, das macht auch Spaß. Na, weil, jetzt. Neun Kills, jetzt nicht. Irgendwas stimmt ja gleich von dem Anfang nicht. Na, ich wollte ja eigentlich nicht. Das gibt's nicht, ich hab keine Chance. Wir machen irgendwie keinen Spaß mehr. Überhaupt nicht, die für ein Mächte, die ausgereichen verteilt sind. Die Mächte sind gut. Ich soll nie wach mit dir sein. Wer denn so far war schon mal verkehrt? Ja. Jetzt wird der Urschuss, oder? Ja. Ja. Und die Engeln halt auch mal schwimmen haben. Ehm, ich muss die noch nicht machen. Echt, das war jetzt jeweils ein Schuss ganz nass. Und du warst sofort tot. Nein, aber nicht. Ja. Ich hab sogar nicht mehr eingeregten. Osten ist er. Ja, ja. Ich hab ihn abgeschossen. Das ist jetzt nicht mehr geworden, aber das hab ich ohne Echt. Ja, aber ich hab ihn aufgeregt. Ja, ich hab ihn aufgeregt. Das ist nur eines Turmen haben geschießen. Das kann man schon so farren. Das macht einem auch keinen Spaß. Aber ehrlich gesagt, dann spiel ich mir am nächsten mit dem ich nicht mehr will. Wenn ich jetzt zu dritt bin. Aber ich lass mich nicht hin oder mich nicht abgeschossen, und sofort wieder umgeschossen werden. Echt mal. Zum Wesen, oder? Du vergesst mir gar nicht mehr. Machst du einen Renate? Noch mit Mütten, bisschen. Noch mit Mütten. Ja. Na jetzt schon wieder, ich komme. Guck mal wo die anderen Seite. Geht's mal an den Messer. Stier! Ich hab noch keine Ahnung. Na ja, voll. Hehehe. Mit der Aufnung brauchen wir wohl. Und oben oder unten? Ja, da ist er. Der schmutz schon wieder bei der Nasche. Wo war der Mann? Der Schmutz. So, in der letzten Runde haben wir die Merkwunsch, glaube ich. Ja, naja. Geht's kommt denn für uns? Geile Zeit. Super, das war ein Gerlige. Danke, das war ein Gerlige. Ja. 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 Jawohl. Woh! Boah! Simon! Der Grimagen hat nur gesessen. Der war von unten gegen die anderen Fröschen. Und dann... So, wieder geil. Nun, da haben wir mal ein paar geile Phasen, die wir uns heute vorgekehrt. Und dann ist es auch hier drauf. Ja, das war ein Gerlige. Woh! Das war ein Gerlige. Die wird ja bei dir. Nein, dann hatte ich keine. Die wir uns da liegen, ja habe ich keinen Spaß. Das kommt von der anderen Seite. Und dann. Aber stück dir mit. Ja, ja. Boop, boop, boop. Nehm das da drüber. So. Na, nur mit. Das nimmt es gut. Hier. Aber ja. Becker. Nehmt es nicht. Okay, Mone! Ja, was hat ihr was gemacht, bitte? Ja, das geschichte ich auch mal nicht. Du müsstest eigentlich bei dir mit dir, wenn man immer Spawn geht. Na, gut für Affe! Gleich mal! Gleich mal! Du müsstest echt mal so zehn Kies untereinander, immer wie Spawn tot! Wie Spawn tot! Dann habt's dir auch mal so Spaß gemacht, wie es mir jetzt gleich Spaß macht. Ja, dann hast du auch noch viel weh!